So, gib mir nochmal fünf unterschiedliche Varianten für den Titel. So, also ich muss jetzt echt sagen, es ist einfach crazy, was das Ding rausspuckt, wie gut das einfach ist. Eigentlich sehr, sehr gut die Keywords integriert. Und dann hat es hier einfach reingeschrieben, Jump Rope Training. In der Keyword ist das Jump Rope enthalten. Extrem geil. Und dann habe ich mein Listing. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Optimierungsagentur für Listings hätte, dann würde ich auf jeden Fall ChatGPT nutzen. Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema ChatGPT für Amazon Listing-Erstellung. Das hier ist nicht das 150. Video, was du zum Thema Künstliche Intelligenz siehst und wie das in den nächsten paar Jahren die Welt verändern wird. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber heute schauen wir uns wirklich ein Praxisbeispiel an. Wie kannst du ChatGPT für dich nutzen und somit richtig, richtig gute Amazon Listings in kürzester Zeit erstellen. Und das ist vor allem wichtig, wenn du ein großes Produktportfolio hast oder immer wieder neue Produkte auf den Markt bringst. So kannst du dir nämlich langfristig sehr, sehr viel Zeit und Geld sparen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen es uns direkt am Bildschirm an. Bevor wir aber damit loslegen, nochmal der Hinweis auf Sellafox. Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, wir sind mit Sellafox jetzt in der Open Beta Live. Und du kannst jederzeit kostenlos teilnehmen. Um das zu machen, folge einfach den Link unten in der Videobeschreibung sellafox.com. Einfach mit der E-Mail anmelden. Dann bekommst du per E-Mail einen Registrierungslink und kannst dir deinen Sellafox-Account erstellen. Damit hast du immer alle relevanten Performance-Metriken auf Produkt- und Keyword-Ebene im Blick. Du kannst so dein Amazon-Business noch besser optimieren. Siehst du einfach, okay, läuft es in die gute, schlechte Richtung. Und wo muss ich ansetzen, um meine Stärken auszuspielen und meine Schwächen zu reduzieren. Das ist genug zu dem und jetzt schauen wir auf den Bildschirm und wie wir mit ChatGPT hier arbeiten können. So, nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt am Bildschirm sind. Das Wichtige bei ChatGPT ist im Grunde, wie du es framest und wie du deine Fragestellungen machst. Wie ChatGPT rauskam, gab es einen riesigen Hype. Den gibt es noch immer. Und viele Leute sind dann draufgegangen, haben Dinge herumprobiert. Aber wenn es dann wirklich um so konkretes Arbeiten damit ging, abseits jetzt von, ich stelle irgendwelche lustigen Fragen an ChatGPT, dann ist es oft schwierig, da wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Das Problem ist hier aber, dass die Leute meistens nur einfach ihre Frage stellen. Und wenn das jetzt ein bisschen ein komplexeres Thema ist, dann reicht das einfach nicht aus, weil ChatGPT halt schon eine Zufälligkeit und Randomness in sich eingebaut hat. Und um hier wirklich sehr, sehr gute Resultate zu erzielen, müssen wir eben vorher 5, 6, 7, 8, 9 Fragen an ChatGPT stellen, Informationen in ChatGPT reinpumpen sozusagen, um dann erst unsere richtige Frage zu stellen und dann auch ein gutes Resultat zu bekommen. Und das Ganze habe ich hier gemacht. Und zwar habe ich dir ein Google Doc erstellt mit den besten Prompts, um hier wirklich sehr gute Ergebnisse für ein Amazon-Listing zu erzielen mit ChatGPT. Du kannst dir das Ganze gratis holen, ist unten in der Videobeschreibung ein Link dafür. Einfach draufklicken, mit der E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommst du es per E-Mail zugeschickt. Und ja, worum geht es jetzt hier? Es geht darum, dass du ChatGPT, wie gesagt, erstmal die Informationen gibst und dann erst ganz, ganz am Schluss soll ChatGPT die Übung ausführen, die du haben möchtest. Und es beginnt hier, wo ich ChatGPT sagen, hey, ich möchte ein verkaufspsychologisch optimiertes Amazon-Listing schreiben, kannst du mir helfen. Dann geht es weiter, dass ich schreibe, der Text muss eben verkaufsstark sein, aber auch Amazon SEO optimiert. Und ich werde dir nun einige Informationen übermitteln und antworte einfach nur mit Verstandener, wenn du das verstanden hast. Und dann nutze ich hier immer wieder, hast du verstanden, am Ende des Prompts, nachdem ich hier sozusagen diese Informationen an ChatGPT mitgebe. Ich habe das Ganze jetzt anhand von Springseilen gemacht. Mein Lieblingsprodukt auf Amazon, auf diesem Kanal hier. Und ja, ich habe einfach Springseil hier eingegeben, habe mir hier dann die 5, 6 besten Springseile rausgesucht, die ich gefunden habe sozusagen von den Listing-Texten her. Und habe dann daraus auch eine schnelle Keyword-Recherche gemacht mit Helium 10 Cerebro. Habe mir hier diese Keywords, die eben wirklich wichtig sind, rausgeschrieben und in eine eigene Liste gepackt in den Google Docs hier. Das habe ich auch alles hier drinnen für dich zum Nachlesen. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze bei ChatGPT gelaufen ist. Und zwar sind wir jetzt hier in ChatGPT drinnen. Und ich kann das Ganze nicht live machen, weil ich hier GBPT4 nutze. Und das ist aktuell noch limitiert auf maximal 25 Antworten pro 3 Stunden. Und sonst würde ich hier wahrscheinlich jetzt während des Videos das Limit ausreizen. Ich habe es jetzt hier direkt vor dem Video gemacht, dass ich es einfach vorzeigen kann. Wie gesagt, du siehst hier, hey, ich möchte ein psychologisch optimiertes Amazon-Listing schreiben. Kannst du mir dabei helfen? Und dann kommt erstmal eine riesige, ausführliche Antwort. Okay, man könnte hier auch noch schreiben, bitte halte dich kurz, dann wäre dir jetzt nicht so rausgefallen. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht für den weiteren Verlauf. Dass ChatGPT das nochmal verinnerlicht. Dann kommt eben die nächste Frage oder Antwort von mir. Es ist wichtig, dass das Listing verkaufsstark ist und zum anderen auch Amazon SEO optimiert. Dann verstanden. Dann gebe ich weitere Informationen mit. Titel darf maximal 190 Zeichen lang sein. Leerzeichen zählen dazu. Gebe hier eben die ganzen Dinge an für Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung und Backend Keywords. Wichtig, ich gehe hier immer ein bisschen unter das richtige Limit, weil ChatGPT oft dazu neigt, so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Das heißt, das Limit sozusagen nochmal künstlich herabsetzen und dann passt das. Dann nochmal mehr Informationen hier. Für Amazon SEO ist es wichtig, dass du verstehst, dass die unterschiedlichen Bestandteile des Listings unterschiedliche Gewichtungen haben. Also der Titel ist zum Beispiel wichtiger als die Bullet Points, was die Keyword Ranks betrifft, dann die Produktbeschreibung und die Backend Keywords. Und wie diese aufgebaut sind und so weiter und wie viele Keywords da enthalten sein sollen, hier im Titel 1 bis 3 Keywords pro Bullet Point, am besten 2 bis 3 Keywords, Produktbeschreibung, so viele Keywords wie möglich. Und nochmal näher auf die Vorteile eingehen und die Backend Keywords ist einfach eine Aneinanderreihung von Keywords. Und da soll auch kein Keyword doppelt vorkommen. So, dann hat ChatGPT erstmal die Basics, was Amazon Listing-Erstellung angeht, verstanden für unseren Fall jetzt. Und dann geben wir hier ganz konkrete Beispiele. Und zwar gebe ich dann so eine Vorlage sozusagen, Titel, besteht aus Marke, dann kommt das Hauptkeyword, dann kommt der Vorteil Nummer 1, dann kommt die Eigenschaft, Vorteil Nummer 2, nochmal ein Keyword, nochmal ein Keyword, je nachdem, was sich hier ausgeht. Und dann gebe ich hier direkte Beispiele. Und das sind eben hier diese Springseile hier auf Amazon. Da habe ich einfach die Texte rausgenommen, kopiert und in ChatGPT reingeschrieben. Das versteht ChatGPT schon mal. Dann eine Vorlage für Bullet Points, Vorteil 1, 2, 3, 4, 5 und dann ein Fließtext, der den Vorteil hervorhebt. Und dann direkt auch ein paar Beispiele hier. Die habe ich auch einfach aus den Texten bei Amazon genommen, aus diesen Listings. Ganz wichtig ist hierbei aber, ich suche gerade mal ein Springseil hier zum Beispiel, wenn hier so Emojis drinnen sind oder so ein fetter Text, diesen fetten Text, den müsst ihr dann, ja entweder streicht ihr den raus oder ihr schreibt das sozusagen nochmal nach, weil das genau genommen halt, dieses E hier zum Beispiel ist kein richtiges E sozusagen in der Computerschreibweise, sondern ist halt ein anderes Zeichen. Und ja, das müsst ihr halt nochmal neu reinschreiben, damit ihr sicherstellt, dass das passt. Nur als Info. Dann alles verstanden, alles klar. Und dann komme ich hier mit meinen eigenen Listing und Produktdetails, was ihr dann sozusagen für euch ergänzen könnt. Also ihr würdet sozusagen irgendwelche Konkurrenzprodukte heranziehen, die ähnlich zu eurem Produkt sind oder ihr könnt auch eure eigenen bestehenden Listings nehmen, damit sozusagen der Stil fortgeführt wird. Und dann gebe ich hier einfach in Stichpunkten so viele Details wie möglich zum Produkt an. Also erstmal, es handelt sich auch um einen Springseil und dann habe ich hier verschiedenste Dinge reingeschrieben, die ich eben vom Kontext her aus den anderen Listings gezogen habe. Also ich habe mir jetzt hier kein neues Produkt einfallen lassen. für diese Präsentation hier. Aber du kannst halt hier wirklich sehr detailliert auch reingehen. Es sollten auch so wirklich die harten Fakten sein. 3 Meter Seillänge, 3,5 Millimeter dickes Seil, 90 Prozent Grad Winkel vom Seil zum Griff und so weiter. Was ist dabei? Was ist im Lieferumfang? Wirklich dieser... Ihr müsst euch halt vorstellen, die ChatGPT kennt euer Produkt halt nicht. Du musst wirklich alles bis aufs kleinste Ding runterbrechen und dem sozusagen liefern, damit das weiß, okay, was kann ich da einbauen in die Texte. Dann hat ChatGPT das auch verstanden. Und dann sage ich, okay, hier ist jetzt die Keyword-Liste nach Wichtigkeit absteigend sortiert. Nutze diese Keywords bitte später und integriere sie nach den oben genannten Regeln, Titel, Bullet Points und so weiter. Es müssen aber nicht zwingend alle Keywords verwendet werden, aber versuche so viele wie möglich zu integrieren. Dann ist hier die Keyword-Liste, die habe ich eben mit Helium 10 erstellt. Und ja, das hat ChatGPT ebenfalls verstanden. Und dann sage ich, okay, schreib mir jetzt Titel und 5 Bullet Points. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier rausgekommen ist. Und man sieht, Premium-Spring ist halt für Erwachsene, Fitnessboxen und Gewichtsreduktion, Speed Rope mit Anti-Rutschgriffen, ideal für Crossfit, Ganzkörper-Workout und so weiter und so fort. Und dann hier die Bullet Points und die Bullet Points, die sehen echt gut aus. Also wirklich sozusagen nach der klassischen Amazon FBA-Layout hier fettgeschrieben. Und dann kommt nochmal der Werbetext. Ich habe das dann ganz natürlich auch überprüft. Also ihr könnt zum Beispiel hier so einen Byte-Counter nutzen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier die Texte einträgt, dann werdet ihr sehen, okay, ChatGPT hat sich hier wirklich ziemlich genau ans Ziel gehalten. Also wir haben 190 Zeichen gesagt, jetzt sind es 199 geworden. Bytes sind 202. Da müsst ihr dann eventuell noch ein bisschen runtercutten. Aber ihr habt schon mal ein gutes Layout. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit sagen, so hey, bitte mach nochmal drei neue Varianten für den Titel. Also die gefallen mir gerade nicht so. Dann ist mir aufgefallen, hier, okay, das schaut ein bisschen lang aus. Sieht aus wie mehr als 200 Zeichen. Und das waren es tatsächlich hier 300 Zeichen. Und dann habe ich eben ChatGPT geschrieben, okay, bitte reduziere die Länge der Bullet Points. Jeder Bullet Point darf nur maximal 190 Zeichen lang sein. Leerzeichen zählen hier dazu und werden in die 190 Zeichen mit reingezählt. Und dann hat ChatGPT das brav runtergekürzt. Und die haben jetzt hier wirklich nur mehr, ja, um die 190 Zeichen, 180, 190 Zeichen, genauso wie es sein soll. Und das sind aus meiner Sicht wirklich schon sehr, sehr gute Bullet Points. Dann habe ich es nochmal gemacht für die Produktbeschreibung. Schreibt die Produktbeschreibung. Und dann auch gleich nochmal reingeschrieben mit dieser Zeichenanzahl. Genau. Und dann ist das hier rausgekommen. Und wenn ihr euch das hier durchlest, dann ist es wirklich ein richtig guter Werbetext. Und wenn man hier selbst jetzt irgendwie die Produktbeschreibung schreiben würde, dann würde man hier viel länger brauchen, um sowas zu bekommen. Vor allem die Produktbeschreibung ist mittlerweile nicht mehr so wichtig. Wird von vielen vernachlässigt. Ich bin trotzdem der Meinung, man sollte hier einen richtigen Text reinschreiben und nicht nur Keyword-Stuffing betreiben. Auch wenn es vielleicht durch einen A-Plus ausgeblendet wird. Aber, ja, wenn man die Möglichkeit hier mit Chat-GPT hat, dann ist es auf jeden Fall super. Und, ja, das Ganze nochmal für die Backend-Keywords. Da hat es zuerst hier brav die Backend-Keywords geschrieben. Aber man sieht, hier Springseil, Springseil, Springseil. Das wurde halt öfters verwendet. Und es wurde halt auch mit Komma getrennt. Dann habe ich das gesagt, okay, bitte keine Komma mehr. Dann waren natürlich immer noch öfter Springseil drin. Dann habe ich nochmal gesagt, okay, kein Wort darf doppelt vorkommen. Und dann hat sie das wirklich auch eingehalten. Allerdings ist hier auch nochmal zweimal Springseil drin. Also hier muss man dann schon nochmal ein bisschen drüber schauen. Aber Backend-Keywords ist, sage ich jetzt mal, das Kleinste der Probleme. Also das kann jeder wirklich ganz schnell ohne Chat-GPT auch machen. Und dann, nochmal interessant, habe ich auch nochmal versucht, das ein bisschen nochmal schärfer zu framen. Und zwar habe ich geschrieben, schreibe nun den Titel und die 5 Bullet Points aus Sicht eines Copywriting-Profis für Conversion-stärker Amazon-Listings. Und auch nochmal direkt reingeschrieben mit dieser Zeichenanzahl. Und dann seht ihr, was jetzt hier rausgekommen ist. Und es hat Chat-GPT sogar Emojis genutzt, die zum Teil wirklich sehr, sehr gut reinpassen. Klar, einen Titel darf man natürlich keine Emojis nutzen. Und das ist schon ein bisschen zu sehr in die Richtung Salesy und geht schon zu sehr weg von Amazon SEO. Zu sehr in Richtung Conversion-Optimierung. Also der Titel wäre jetzt vielleicht nicht optimal. Aber die Bullet Points sind sehr cool, vor allem mit den Emojis. Das passt hier perfekt dazu. Hier diese Gabelschlüssel, individuell einstellbare Seillänge. Dann hier das Geschenk mit den Extras, sozusagen mit dem Lieferumfang, die dabei sind. Ergonomische Rutschgriffe, Ganzkörper-Workout mit dem Trainings-Emoji. Also das ist wirklich gut und man kann hier jederzeit schreiben, so hey, der Titel ist mir zum Beispiel nicht genug für SEO optimiert. Bitte gebe nochmal fünf Beispiele oder so. Das können wir jetzt vielleicht live machen. Ich schreibe das mal hier rein. So, gebe mir nochmal fünf unterschiedliche Varianten für den Titel. Und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. So, jetzt hat ChatGPT hier wieder die Emojis verwendet und ist sozusagen noch in diesem Copywriting-Profi-Modus, wo ich sozusagen das reingesteckt habe bei der vorletzten Prompt. Die Titel an sich sind aber trotzdem sehr gut. Also wenn man sich hier diesen ersten Teil jetzt wegdenkt, dann wäre es ab hier schon ein richtig guter Titel, vor allem was die Vorteile und die Eigenschaften betrifft. Und man müsste jetzt hier nur mehr die Marke einfügen und sozusagen das Haupt-Keyword. Ich versuche nochmal jetzt hier ChatGPT in die richtige Richtung zu lenken und auch ein bisschen mehr wieder das Thema Amazon SEO reinzubringen. So, ich habe jetzt hier nochmal reingeschrieben, keine Emojis nutzen. Es soll Amazon SEO optimiert sein und man soll sich an die Vorlage hier halten. Und jetzt schauen wir mal, was hier für fünf Varianten kommen. So, und ich muss sagen, diese fünf Varianten hier gefallen mir richtig gut. Also vor allem jetzt die erste direkt. Überall ist mal die Marke drin als Platzhalter. Und dann wie im Blueprint für jedes Amazon FBA Produkt sozusagen, wie im Lehrbuch, Haupt-Keyword sozusagen hier drinnen. Vorteil, dann nochmal Eigenschaften, nochmal ein Vorteil und dann wieder die Keywords hinten drinnen. Auch hier, und das ist eigentlich perfekt. Also, ja, ihr könnt jetzt hier nochmal schreiben, gib mir nochmal fünf Varianten, gib mir nochmal fünf Varianten oder zehn Varianten, was auch immer. So viele Varianten könnte ich mir selbst gar nicht ausdenken. Und, ja, dann kann ich das hier nehmen, packe das in Helium 10 Cerebro rein oder in ein anderes Listing-Builder-Tool mit meiner Keyword-Liste und fertig. Ich mache das jetzt ganz, ich mache das Ganze jetzt nochmal hier, dass wir vielleicht nochmal verschiedene Varianten haben für die Bullet-Points ebenfalls und dann schauen wir uns das Ganze mal in Cerebro an. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in Helium 10 an. So, Chad, ich habe dir jetzt hier nicht fünf Varianten, aber drei Varianten geschrieben. Wahrscheinlich war das dann zu lange doch mit den Bullet-Points, aber mir gefallen diese Bullet-Points ebenfalls sehr gut. Vor allem auch immer der Einsatz von den Emojis finde ich richtig, richtig gut. Und auch wie es geschrieben ist, auch die Vorteile, die sind wirklich sehr, sehr, ja, gut geschrieben einfach. Und was mir jetzt auffällt, ist relativ wenig Keyword-optimiert aber. Ich werde jetzt nochmal probieren hier, mir, ja, was rauszunehmen. Sagen wir jetzt dann hier. Und zu sagen, schreibe hier nochmal mehr Keywords rein. So, und zwar habe ich jetzt geschrieben, versuche nochmal mehr Keywords aus der Keyword-Liste in die folgenden Bullet-Points zu integrieren. Und ich habe jetzt hier die letzten Bullet-Points genommen, weil mir die am besten gefallen von der Schreibweise her. Schauen wir mal, was jetzt hier rauskommt. So, also ich muss jetzt echt sagen, es ist einfach crazy, was das Ding rausspuckt und wie das das macht, wie gut das einfach ist. Es hat wirklich diese Bullet-Points jetzt genommen, im Sinne eigentlich gleich gelassen und hier jetzt wirklich sehr, sehr gut die Keywords integriert. Also hier stand hier einfach nur doppeltes Kugellager und für die Sportarten. Und dann hat es hier einfach reingeschrieben, Jump Rope Training. Das ist in der Keyword-Liste Jump Rope enthalten. Und das passt sehr gut. Und dann haben wir hier auch nochmal robuste, verstellbares, robustes Skipping Rope, vielleicht auch verstellbare. Also man muss nochmal drüber lesen. Aber im Grunde sehr gut hier auch. Schweißtreibende Jumping Rope Workouts, was natürlich auch in der Keyword-Liste drinnen ist. Dann hier haben wir das Hüpfseilerlebnis. Hüpfseil ist ebenfalls in der Keyword-Liste drinnen. Und ja, dann haben wir hier nochmal Speed Rope, auch nochmal mit drinnen. Extrem geil. Ich packe das Ganze jetzt in Cerebro rein. Ich sage immer Cerebro, ich meine natürlich Helium 10. Ich bin hier im Listing-Builder. Ich habe jetzt schon hier die Keywords eingebaut und jetzt bauen wir hier den Titel und die Bullet Points nach der Reihe ein aus ChatGPT. So, wir haben jetzt hier schon die Bullet Points drinnen und man sieht das so cool in Helium 10 hier. Man sieht genau, wo welche Keywords genutzt wurden. Und ihr seht hier wirklich, dass in jedem Bullet Point zumindest ein Keyword aus der Liste genutzt wurde, was sehr gut ist. Und jetzt geht es darum, noch den Titel hier zu nutzen. Und ich war gerade dabei, hier jetzt den Titel auszusuchen. Und hier auch als Tipp für euch direkt, wenn ihr das Ganze dann für euch nutzt, ihr könnt ja auch die Titel miteinander kombinieren. Also mir gefällt jetzt hier zum Beispiel dieser Titel am Anfang hier am besten. Hier Marke, dann Profi, Springseil, Erwachsene. Aber dann nicht unbedingt hier dieser Teil hier hinten. Dann ist schon wieder besser. Aber das kann man ja dann kombinieren hier mit zum Beispiel hier oder das hier oder verbesserte Koordination, höhere Geschwindigkeit und Frequenz und so weiter. Das könnt ihr sozusagen adaptieren für eure Zielgruppe, für euer Produkt, wie auch immer, was euch da am besten gefällt. Ich nehme jetzt hier einfach den vierten Titel, damit es nicht zu lange wird und damit ich es vorzeigen kann. Aber ich möchte es nur sagen, wie ihr das nutzen könnt. Und jetzt haben wir hier unsere Springseile, unsere ganzen Texte drinnen. Und man kann das Ganze jetzt nochmal ändern. Wir haben zum Beispiel Jump Rope zweimal benutzt, Speed Rope zweimal benutzt. Muss man ja nicht unbedingt machen. Man kann ja auch einfach hier, Ja, was haben wir noch nicht genutzt? Sprungseil haben wir noch gar nicht genutzt. Das könnte man jetzt hier einfügen. Sagen wir hier Sprungseil. Und dann haben wir Jump Rope zusammengeschrieben. Noch gar nicht genutzt. Sprungseil boxen wäre auch noch ein wichtiges Keyword. Sprungseil erwachsene Fitness könnte man hier auch noch integrieren, indem man es einfach hier vorne reinschreibt. Platz haben wir genug. Wir sind jetzt hier bei 163 Bytes. 163 Characters, die genutzt wurden in dem Titel. Das heißt, wir haben hier auch noch ein bisschen Platz. Man könnte noch ein bisschen mehr ausfüllen. Man könnte hier hinten auch noch was dazu hängen, wenn man das Ganze mag. Genau, man könnte hier noch viel machen. Sprungseil erwachsene, wie ihr das möchtet. Aber ihr seht schon mal, einfach geil. Jetzt kann ich hier noch die Produktbeschreibung hinzufügen. Das machen wir auch noch schnell. Hier Produktbeschreibung. Wir sehen, okay, die ist etwas zu lange geworden. Leider kein Problem. Wir löschen hier einfach ein bisschen was raus. Muss man halt dann kürzen. Oder man schreibt ChatGPT nochmal, hey, bitte kürz das Ganze. Aber man sieht hier auch, sehr gute Nutzung und natürliche Nutzung von Keywords. Und dann kann ich ja hier einfach meine Search Terms selbst reinschreiben. Ich nehme einfach jedes Wort einmal fertig und beziehungsweise die Wörter, die noch nicht genutzt wurden, natürlich zuerst. Und dann habe ich mein Listing. Und das Ganze hat jetzt hier vielleicht 30 bis 60 Minuten gedauert und ihr habt wirklich ein Listing, was ihr sehr gut nutzen könntet. Beziehungsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Optimierungsagentur für Listings hätte, dann würde ich auf jeden Fall ChatGPT nutzen. Und das solltet ihr auch vielleicht im Hinterkopf behalten, dass viele Optimierungsagenturen eigentlich im Hintergrund schon ChatGPT nutzen für eure Listing-Optimierungen. Was ja gar nicht schlecht ist, weil man sieht ja auch, was hier dabei rauskommt. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt. Und wenn ihr diese Prompts hier haben möchtet, damit ihr auch diese Ergebnisse erzielen könnt, dann einfach unten in der Videobeschreibung den Link klicken, E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt ihr das gratis zugesendet. Und ihr könnt es selbst ausprobieren. Nochmal als Info, ich habe hier ChatGPT Version Nummer 4 genutzt. Dafür braucht ihr den Plus-Account. Das kostet, glaube ich, 10 Euro im Monat oder so. Ist es aber wert, weil ChatGPT nochmal um einiges besser ist als das normale ChatGPT und sich die 10 Euro im Monat auf jeden Fall lohnen. Auch für andere Themen ist ChatGPT 4 echt der Hammer und sehr, sehr gut. Ja, soviel dazu. Und ich hoffe, du siehst jetzt, wie du ChatGPT effizient nutzen kannst, um eben zum Beispiel Amazon-Listing-Texte zu schreiben oder zu optimieren. Und das wird dir langfristig sehr viel Geld und Zeit ersparen, wenn du es richtig nutzt. Hier nochmal jetzt der Aufruf. Sellafox Open Beta ist verfügbar. Das heißt, nutze die Chance. Teste Sellafox jetzt einen Monat kostenlos. Und als Goodie obendrauf, alle Open Beta Tester bekommen, wenn das Tool dann offiziell rauskommt, einen Lifetime-Rabatt. Solange du Sellafox nutzt, wirst du es billiger nutzen können als alle Kunden, die dann später bei der regulären Version mit dazukommen. Also, ja, das ist eigentlich nur eine Win-Situation für dich. Und schau dir das Tool unbedingt an. Wir haben da sehr, sehr viel Gehirnschmalz und Herzblut reingesteckt und es wird auch noch laufend weiter optimiert. Und du kannst sozusagen hier wirklich live und in Farbe mit dabei sein, wie ein Amazon-Tool sozusagen entsteht und sich weiterentwickelt. Und kannst dir auch sehr, sehr viel selbst mit einbringen. Und wir sind über jedes Feedback und jede Mitarbeit von unserer Community sehr, sehr dankbar. Komm auch unbedingt in die Discord-Community von Sellafox. Da kannst du auch übrigens einfach mit mir direkt in Kontakt treten, mich direkt anschreiben, mir jegliche Fragen stellen zum Thema Amazon FBA. Ich werde schauen, dass ich die so schnell wie möglich immer beantworte und bin da sehr aktiv in der Community. Es geht nicht nur um Sellafox dabei, es ist generell so eine kleine Amazon-Elite-Seller-Community. Wo auch laufend Amazon-News gepostet werden, damit du up-to-date bleibst und wo wir eben um die verschiedensten Themen rund ums Thema Amazon FBA sprechen können. Natürlich aber mit Fokus auch auf Sellafox und wie wir Sellafox weiterentwickeln können, damit es eben für euch am besten nutzbar ist. Ja und eine Sache ist ja noch ganz wichtig, die ich vergessen habe. Und zwar wird es in der Discord-Community auch jede Woche zwei Live-Calls geben, die rund ums Thema Amazon FBA gehen, auch ums Thema, wie du Sellafox am besten einsetzen kannst. So eine Art Live-Training beziehungsweise Besprechung in der Community, welche Features gewünscht werden, was die Best Practices für die Nutzung sind. Und da kannst du natürlich auch jede Frage, die du möchtest, mir einfach stellen. Und wir können uns einfach ganz normal drüber unterhalten, ja, was sind meine Tipps für dich? Was würde ich an deiner Stelle tun? Ich habe ja ein bisschen Erfahrung, war sechs Jahre Selbstseller, auch Head of E-Commerce bei einer großen Marke. Also wenn du diese Chancen nutzen möchtest, dann komm in die Discord-Community und nimm an so einem Live-Call teil. Und ich würde mich über dein Kommen freuen und wenn du Teil dieser Community bist. Und ganz wichtig noch zum Thema ChatGPT. Wenn du jetzt hier diese Unterhaltung mit ChatGPT hattest und ChatGPT erstmal sozusagen angelernt hast, dann kannst du jederzeit wieder, wenn du dann später ein neues Listing erstellst, diese Unterhaltung öffnen und dann das nächste Listing optimieren lassen. Und dann musst du nicht mehr diese langen Konversation vorher mit ChatGPT führen, weil dann sozusagen die Informationen schon in dieser Konversation drinnen sind und du kannst einfach weitermachen. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, Like-Button drücken, Kanal abonnieren und wenn du ChatGPT für dich nutzen möchtest, dann hol dir die Prompts. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Und wir sehen uns im nächsten Video. Servus.